Herzlich Willkommen zum 20. Anfangskalender Türchen von Offenmaltina und Maymuesli. Heute Abend war bei Offenmaltina das Schokolade drin. Ich habe etwas verliert in die Formatina-Sachen, wie man merkt. Und bei Maymuesli war die Flammenwohngriffs drin. Mit der Violettetechnik. Und zwar, was das heißt. Daya hat gesagt, dass ich ab nächstes Jahr durchstarten mit den Wanderungen. Ich habe mir vorgenommen, am Samstag oder Freitag, je nach Wetter, wieder mal ein Wandervideo zu machen. Ich bin gespannt, was für uns kommt. Bis hierher müssen wir auf jeden Fall noch mit dem Offenzkalender. Aber ich werde auf jeden Fall wieder mal eine Wanderung machen. Und ich habe ja von Donnerstagabend an, dann Ferien. Und dann werde ich eine spontane Wanderung machen. Ich hasse schon so ein wenig im Kopf. Ich muss echt mal schnell ein bisschen googeln im Internet. Aber es wird eine spontane Wanderung geben. Und nicht eine mit dem Wanderbüchchen. Die Wanderbüchchen werden garantiert sicher auf 100. Aber ab Januar werde ich die brauchen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Und bis morgen. Tschüss.